Hallo. Ich komme wegen der Punkt und der Suche. E-reidekart bitte? Ja, klar. Super. Setzen Sie sich bitte. Kommen Sie bitte rein, Frau Mel. Drücken Sie drauf. Warten Sie bitte draußen. Okay, und wie lange muss ich warten, bis ich die Antworten bekomme? Ungefähr 20 Minuten. Okay, ich warte draußen. Okay, wie schauen meine Werte aus? Es ist sehr tragisch. Ihre Blut hat 30% Plastik in sich. Über 50% ist schon lebensgefährlich. Und Sie müssen Ihre Lebensroutine ändern. Okay, ich schaue, was ich machen kann. Ich weiß nicht wie, aber ich werde schauen, was ich dagegen machen kann. Ja. W Rot懂. Warte Firebase. Das war's für heute. Vielen Dank. Ich habe, ich habe einen Traum gehabt. Ich, 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 ich habe... Beruhigen Sie sich bitte. Ich hatte einen Traum. Ein Traum. Und es handelt sich von einer Welt ohne Plastik und einer Welt, die komplett außer Plastik war. Kann sowas sein? Kann sowas sein? Eine Welt ohne Plastik? Kann eine Welt ohne Plastik existieren? Nein, reden Sie keinen Blödsinn. Sie klingen verrückt. Sie brauchen Hilfe. Ich bin nicht verrückt. Sie sind verrückt. Frau Mühl, was ist Ihr Problem? Warum ändern Sie sich nicht? Ich kann mich nicht verändern, weil ein Mensch allein die Welt nicht ändern kann. Und genau so denken 7,7 Milliarden Menschen, dass sie klein sind und ein Mensch die Welt nicht verändern kann. Willst du so werden wie ich? Komplett aus Plastik? Komplett unsterblich? So dass alles stirbt, aber du nicht? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020